Mit einer Choreografie aus Kino, Ausstellungsgestaltung und Mediatektur macht Schüko seine komplexen Inhalte erlebbar. Schüko strukturiert die relevanten Zukunftsthemen des Bauens in vier verschiedenen Themenstudios mit interaktiver Mediatektur. Die Kombination von aufwendig gestalteter räumlicher und medialer Inszenierung ermöglicht es den Standbesuchern, alle Themen inhaltlich, visuell, aber auch haptisch zu erleben. Die Bau 2013 ist mit über 10.000 registrierten Besuchern die bislang erfolgreichste Messe für Schüko. Die Schüko-Partner, Architekten und Investoren zeigen sich von der Innovationskraft des Unternehmens ebenso begeistert wie von der räumlichen Inszenierung des Mottos. Mensch. Natur. Technik. Der großzügige Brand Walk im Herzen des Messestandes verbindet alle Bereiche zu einem schlüssigen Ganzen, seien es die Produkt- und Kommunikationsbereiche oder die Themenstudios. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017